Bandisch an Bandisch an Bandisch an Bandisch an Bandisch an Hallo, wo ist das Problem? Wir verticken das Zeug und teilen uns die Kohle. Keiner weiß, dass wir den Scheiß haben. Alter, sagt mir, wer macht Para? Wir machen Para. Wer macht Para? Wir machen Para. Wir machen Para! Ein Gatser! Ein Gatser! Ein Gatser! 500 Euro in einer Nacht und das ist nur mein Anteil. Ein Gatser! Warum habt ihr den Kux gewunkert, Mann? 50.000 Cash in einer Woche bei mir zu Hause. Wir fahren, ich hab den Stolzen voll. Siehst du, also umgibst du dich mit den falschen Leuten? Dann willst du mir gerade sagen, dass meine Freundinnen die falschen Leute sind? Alter, meine Freunde würden sterben für mich, Mann. Warum sagt ihr mir, dass alles okay ist, wenn ihr 50.000 Euro Schulden habt? Das ist die Russenmafia, Mann. Die knallen dir in deinen Hirn weg und vorher bumsen die dich einmal so richtig durch. Nein! Nichts. Nein! Meine Sofort! Was ist die body? Ja.